Herzlich Willkommen zu den OrgaTV News in 90 Sekunden. Neues aus dem Prüfungsamt. Leistungsnachweise online erstellen. Wer schnell einen Leistungsnachweis benötigt, kann dies auf den Seiten des Vipa erledigen. Infos dazu auf den Seiten des Vipa. Ihr könnt diesen Nachweis online direkt erstellen. Superenzym. An der Universität des Saarlandes wird an einem Superenzym, das die Effizienz bei der Produktherstellung steigern soll, geforscht. Dazu gibt es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 1,3 Millionen Euro Fördergeld. Semesterabschlusskonzert. Heute, dem 6.02.2013 und morgen, dürfen Interessierte sich klassische Werke, unter anderem Beethoven, in der Aula A33 anhören. Beginn jeweils 19 Uhr. Einlass ab 18.15 Uhr. Und der Eintritt ist frei. Tipp, heute nach Orga TV, schauen und morgen direkt. Vielen Dank. Auch die Nachrichtenredaktion bedankt sich bei dem Orga TV Team des Wintersemester 2012-13. Insbesondere bei den Moderatoren Lukas sowie Marie und Harris. Und besonderen Dank an alle Zuschauer. Vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. So, das war's von den News heute. Schauen Sie auch zukünftig Orga TV. Zurück zu euch, Marie und Harris. Schauen Sie auch, Marie und Harris.